Hallo zusammen, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau. Gestern, und das war der 30.05.2021, hatten wir mal wieder einen Team-Talk in einer kleinen Runde mit der Verena, mit dem Achim und mit mir. Detlef und Michael waren verhindert. Ja, ist der dritte Teil unseres Frontberichtes. Könnt ihr dann gerne schauen, hören bei VK, bei Bitschut, die sich den Trailer bei WakeNewsTV aufrufen. Entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile, ab damit. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.